Hey, kurzer Einwurf noch bevor das Video richtig losgeht. Während ich am Video gearbeitet habe, hat Hasbro damit begonnen, ihre Produkte für die Rise of the Beast-Reihe offiziell vorzustellen, unter anderem auch die beiden Eraser-Figuren. Bin ich selbst schuld? Ich hatte ja genug Zeit, das Video zu machen. Skript war seit dem Jahreswechsel schon fertig. Ich wollte jetzt aber nicht das ganze Skript umwerfen und den Großteil noch einmal neu aufnehmen. Das Video war nämlich zu 80% schon fertig, als die News dazu veröffentlicht worden sind. Also nicht nur, wenn ich gleich ein bisschen spekuliere und vermute, während die offiziellen Infos mittlerweile vorliegen. Das hänge ich im Anschluss dann noch an mein offizielles Video dran. Hallo YouTube, ich bin Scourge und ich mag Transformers und heute möchte ich euch erklären, was es mit den zwei Deluxe Rise of the Beast-Earaser-Figuren auf sich hat, die wir 2023 bekommen werden. Das Thema hatte ich ja auch schon kurz in meinem Willkommen-2023-Video angesprochen. In diesem Video möchte ich auf das Thema noch etwas genauer eingehen. Ursprünglich war es von Hasbro so geplant. Der Cyberverse-Franchise endet im Winter 2021 bzw. im Frühjahr 2022. Im Sommer 2022 wäre dann Rise of the Beast in die Kinos gekommen, mit einer eigenen dazugehörigen Spielzeugreihe, ähnlich wie Cyberverse und Earthspark. Hauptsächlich mit den simpleren Gimmick-Toys, wie zum Beispiel den simplen Versionen von Optimus Prime und Optimus Primal, die wir im März 2022 schon gesehen haben, oder die verwandelbaren Rollenspielmasken von Optimus Primal und Bumblebee. Innerhalb der Reihe sollte es aber auch für ältere Fans komplexere Figuren geben. Zum Jahresende 2022 hin hätte dann Earthspark übernommen. Die Studio-Series-Figuren zu Rise of the Beast wären dann 2023 erschienen. Der Film wurde dann aber vom 24. Juni 2022 auf den 9. Juni 2023 verschoben, wodurch einiges durcheinandergebracht worden ist. Einen Großteil der Rise of the Beast-Reihe konnte Hasbro noch zurückhalten, aber für den Smash-Changer Optimus Prime war dies offenbar schon zu spät, den hatte Hasbro dann in die Cyberverse-Reihe gesteckt, wo er als Gimmickfigur gut reinpasste. Das Design der Figur ist aber ganz klar von den Filmen inspiriert. Kommen wir aber nun zu den beiden Airazer-Figuren. Mittlerweile hat Hasbro ja die Studio-Series-Figur offiziell vorgestellt, wodurch wir jetzt auch wissen, dass die andere Figur zur Rise of the Beast-Hauptreihe gehört, die wir 2022 schon hätten bekommen sollen. Warum unterscheiden sich beide Figuren denn so stark voneinander? Nun, der Film ging 2021 in Produktion und sollte im Sommer 2022 erscheinen. Damit die Figuren zum Filmes auch zeitgleich in die Regale schaffen, musste man bei Hasbro natürlich auch direkt mit dem Design der Figuren beginnen. Und für einen Großteil der Charaktere standen zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich auch nur unfertige, beziehungsweise nicht final abgesegnete Designs zur Verfügung, welche Hasbro dann als Grundlage für die Rise of the Beast-Hauptreihe verwendet hat. Das ist natürlich so nicht ungewöhnlich und man konnte diesen Prozess auch schon in früheren Reihen sehen. Hierzu ein paar Beispiele. Die Liederklasse-Figur von Movie Optimus Prime aus dem Jahr 2007 basiert zum Teil halt auf unfertigen Konzeptzeichnungen. Plus, es war damals die erste Filmreihe, an der das Hasbro-Team gearbeitet hat. Davor hatte man noch die dazu im Vergleich deutlich simplere Cybertron-Serie designt. Zum zweiten Film, Revenge of the Fallen 2009, lag zum einen das fertige Filmdesign für offizielle Promobilder vor. Und Hasbro konnte auch auf die Design-Dateien von Industrial Light & Magic zugreifen. Dementsprechend war die Liederfigur 2009 natürlich viel näher am Design aus dem Film. Gleiches Spiel dann bei den Dinobots zum vierten Film, Age of Extinction von 2014, hier am Beispiel von Grimlock. Die Voyager-Figur konnte natürlich nicht so aussehen wie im Film, da Hasbro hier auch nur die Konzeptzeichnungen vorlagen. Vier Jahre später sieht das Ganze in der Studio-Series dann natürlich deutlich akkurater aus. Ein letztes Beispiel noch, ebenfalls aus Age of Extinction, diesmal das neue Ritter-Design von Optimus. Für die erste Liederfigur sowie die berühmt-berüchtigte First Edition-Figur stand Hasbro ebenfalls nur eine Konzeptzeichnung zur Verfügung, wodurch sich besonders die Brust von Optimus doch sehr stark vom finalen Design unterschieden hat. Auch das Schwert basiert noch auf der Konzeptzeichnung. Takara brachte diese Liederfigur zum Ende der Reihe mit neuem Kopf, neuer Brust, neuen Unterarmen und neuen Waffen noch einmal heraus und die Voyager-Figur von 2017 macht da schon einen besseren Job. Ich hatte es ja schon gesagt, ich finde beide Figuren von Airazer klasse und werde mir beide in die Sammlung holen, wobei ich die Mainline-Figur sogar etwas besser finde wie die Studio-Series-Figur. Mag vielleicht daran liegen, dass diese Figur komplett neu ist, während die Studio-Series-Figur ja quasi nur eine überarbeitete Kingdom Airazer ist. Was ich der Figur nicht vorhalten möchte, sie sieht dennoch sehr gut aus. Aber das neue Design interessiert mich einfach mehr. Bin gespannt, ob dies auch noch bei anderen Charakteren der Fall sein wird. Ich denke, es wird generell spannend werden, die Figuren gleichzeitig in den Läden zu sehen, wobei gleichzeitig hier relativ ist. Studio-Series Airazer und Cheetor kommen schon Anfang April, zumindest laut Hasbro Pulse. Ob der stationäre Einzelhandel dann auch schon bereit ist, wird sich zeigen. Zumindest Smith legt ja im Moment viel daran, alte Ware zu reduzieren und abzuverkaufen, was man quasi als Vorbereitung für das neue Sortiment interpretieren kann. Und erfahrungsgemäß ist auch so um Ostern herum die Zeit, wenn die Händler ihre neuen Sortimente in die Regale räumen. Die Studio-Series Airazer kann man zum einen bei Pulse, als auch über die üblichen Fan-Online-Shops vorbestellen. Ob das unbedingt auch für die Figuren der Hauptreihe gelten wird, wird sich zeigen. Wobei ich aktuell eher davon ausgehe, dass wir die Hauptreihe nicht bei Pulse sehen werden. Von den Earthspark-Figuren fehlt zumindest Stand jetzt auch noch jede Spur. Nicht einmal die Deluxe-Figuren, welche ja auch ältere Sammler ansprechen sollen, werden dort gelistet. Welche von den beiden Airazer-Figuren sagt euch mehr zu? Seid ihr eher Fan der Studio-Series-Figur oder sagt euch die Mainline-Figur eher zu? Oder macht ihr es wie ich und holt euch beide in die Sammlung? Habt ihr schon Bock auf den Film? Oder lässt euch das ganze Thema bislang kalt? Gibt es generell schon Figuren zum Film, auf die ihr euch freut? Unabhängig davon, ob Studio-Series oder Mainline? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ein Großteil der Gimmick-Figuren lässt mich auch eher schaudern, besonders die Beast-Combiner, die allesamt gruselig aussehen. Aber auf die Battlemaster? Ja, auf die habe ich richtig Bock drauf. In diesem Sinne, ich bin Scourge, ich mag Transformers. Ich bin gespannt, wie der Start der Rise of the Beast-Figuren-Reihe in Deutschland aussehen wird. Ja, und wie im kurzen Einwurf zu Beginn des Videos bereits erwähnt, hat Hasbro die andere Airazor-Figur mittlerweile auch offiziell vorgestellt. Und nicht nur das, wir haben jetzt auch die offizielle Bestätigung, dass die ebenfalls schon gezeigten Figuren zu Wheeljack und Nightbird ebenfalls zur Hauptreihe gehören werden. Den Cheetor haben wir ja auch schon gesehen und wie bei Airazor wurde von ihm bereits die Studio-Series-Figur enthüllt. Überraschung ist an der Stelle einmal die Mirage-Figur, die wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Von ihm haben wir bislang nur offizielle Ränder der kommenden Studio-Series-Figur gesehen. Ich finde es schwer hier zu sagen, welche der beiden Figuren das Rennen macht. Anhand von Rändern lässt sich das immer schlecht abschätzen, finde ich zumindest. Und anhand nur von diesen zwei offiziellen Bildern fällt es mir doch schwer, mir hier eine Meinung zu bilden. Vom Scorponok haben wir zwar nur ein Bild, aber der ist für mich als Figur schon sowas von gesetzt. Auch wenn ich mich frage, wie Hasbro darauf kommt, einen Transformer, der selbst zum Scorpion wird, mit einem Battlemaster zu verkaufen, der ebenfalls ein Scorpion ist. Da hätte ich eher was anderes gemacht, zum Beispiel eine kleine Tarantel in den Farben von Tarantulus, die zu einer Klaue oder Greifer wird. Aber was weiß ich schon. Die Figuren kommen alle übrigens nicht einzeln auf den Markt, sondern als Multipacks. Finde ich als Strategie zwar etwas komisch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dies auch mit der Verschiebung des Films zusammenhängt. Da Hasbro die Hauptreihe und die Studio-Series-Figuren quasi dann gleichzeitig im Markt hat, möchte man die Kunden an der Stelle vielleicht nicht zu sehr verwirren, auch wenn die Packungen von Studio-Series und der Hauptreihe natürlich unterschiedlich sind. Die Erfahrung hat man seitens Hasbros dann wohl aus der Reihe zu Age of Extinction mitgenommen. Da konnte man die Figuren teils auch nur schwer auseinanderhalten. Hier am Beispiel von Swoop, äh Entschuldigung, ich meine natürlich von Strafe. Da wollten viele ihr Deluxe-Dinobot-Set schnell vervollständigen. Strafe kam aber als Deluxe-Figur in Welle 2, was dazu führte, dass einige versehentlich zur weniger komplexen Power-Battlers-Figur gegriffen haben. In den USA werden die Multipacks übrigens exklusiv bei Target erscheinen. Als Europäer macht einen diese Ankündigung dann natürlich nervös, weil man sich die Frage stellen muss, ob und über welche Kanäle man die Packs dann hier bekommen kann oder ob man selbst importieren muss. Ich bin, was diese Sets hier angeht, jedenfalls etwas optimistischer. Vor ein paar Tagen hat Hasbro zusammen mit Walmart die ersten Figuren der Legacy Evolution Toxitron Collection vorgestellt und die können wir Europäer bei Hasbro Pulse vorbestellen. Ich kann mir also gut vorstellen, dass wir die Sets von Target dort auch sehen werden oder eben halt über die Fan-Kanäle, wo man auch das Buzzworthy Bumblebee Creatures Collide Set bekommen konnte, welches in den USA ebenfalls exklusiv über Target vertrieben wurde. Die Sets sollen auch erst im August erscheinen, von daher sollte man sich da im Moment nicht allzu verrückt machen. So, das wollte ich jetzt noch loswerden und in diesem Sinne verabschiede ich mich noch einmal. Ich bin Scourge, ich mag Transformers und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Dann!